Hallo, wie geht's? Hallo, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Was hast du heute vor? Ich habe noch nichts geplant. Wie wäre es, wenn wir zusammen einen Kaffee trinken gehen? Das klingt gut. Wo möchtest du hingehen? Wie wäre es mit dem Kaffee um die Ecke? Die haben leckeren Kaffee und Kuchen. Das klingt perfekt. Wann sollen wir uns treffen? Wie wäre es um 15 Uhr? Okay, 15 Uhr im Kaffee um die Ecke. Bis später. Bis später. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Guten Morgen. Danke, ich habe gut geschlafen. Und du? Ich habe auch gut geschlafen, danke. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Ja, natürlich. Es ist 14 Uhr und 30 Minuten. Hast du schon Pläne für das Wochenende? Ja, ich gehe mit Freunden wandern. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe noch keine Pläne. Vielleicht gehe ich ins Kino. Ich bin so müde heute. Ich konnte letzte Nacht nicht gut schlafen. Das ist schade. Vielleicht solltest du früh ins Bett gehen heute Abend. Wie gefällt dir das Essen hier? Es schmeckt sehr gut. Besonders die Pasta ist lecker. Kannst du mir helfen, mein Auto zu reparieren? Ja, ich kann dir helfen. Was ist denn kaputt? Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin seit einem Jahr hier. Ich lerne Deutsch und arbeite als Sprachlehrer. Was machst du beruflich? Ich arbeite als Softwareentwickler. Wie sieht es bei dir aus? Welche Musik hörst du gerne? Ich höre gerne Jazz und Klassik. Wie ist es bei dir? Wie war dein Urlaub? Es war sehr schön. Ich war in den Bergen wandern und habe viel Zeit in der Natur verbracht. Hallo, ich habe gehört, du spielst gerne Gitarre. Kannst du mir etwas vorspielen? Ja, natürlich. Welches Lied möchtest du hören? Überrasch mich. Okay, hier ist Wondervoll von Oasis. Das klingt wirklich gut. Kannst du mir beibringen, wie man Gitarre spielt? Klar, ich kann dir ein paar Tipps geben und dir zeigen, wie man ein paar einfache Akkorde spielt. Hey, hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Klar, das klingt gut. Welchen Film möchtest du sehen? Wie wäre es mit dem neuen Actionfilm? Das hört sich super an. Um wie viel Uhr geht der Film los? Um 20 Uhr. Sollen wir uns um 19 Uhr und 30 Minuten vor dem Kino treffen? Okay, ich werde da sein. Bis später. Bis später. Hey, wie geht's? Lange nicht gesehen. Person B. Hallo. Ja, das stimmt. Mir geht es gut. Danke. Wie geht es dir? Mir geht's auch gut. Was hast du in letzter Zeit gemacht? Ich war auf einer längeren Reise in Südamerika. Es war fantastisch. Ich habe so viele verschiedene Kulturen und Orte kennengelernt. Wow, das klingt großartig. Wo genau bist du überall gewesen? Ich war in Peru, Chile, Argentinien und Brasilien. Jedes Land hatte seine eigenen Besonderheiten und Highlights. Das klingt wirklich interessant. Was war dein persönliches Highlight? Schwierig zu sagen, aber ich denke, die Wanderung zum Machu Picchu in Peru war wirklich unglaublich. Der Ausblick war atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch gehört, dass die Strände in Brasilien toll sein sollen. Warst du dort? Ja, ich war in Rio de Janeiro und habe ein paar Tage am Strand verbracht. Es war sehr schön, aber auch sehr voll. Aber ich denke, das gehört zum Erlebnis dazu. Absolut. Wie lange warst du insgesamt unterwegs? Ich war ungefähr sechs Monate unterwegs. Aber es fühlte sich an, als wäre es viel länger gewesen. Verstehe. Und wie geht es jetzt weiter für dich? Ich bin noch unsicher. Ich denke, ich werde mich erstmal ein wenig erholen und dann überlegen, was als nächstes kommt. Das klingt vernünftig. Möchtest du vielleicht später noch etwas essen gehen? Ich habe gehört, dass ein neues Sushi-Restaurant eröffnet hat. Das klingt super. Ich liebe Sushi. Lass uns das machen. Okay, dann treffen wir uns um 19 Uhr dort. Bis später. Bis später. Hey, wie geht's? Hi, ganz gut. Und bei dir? Auch ganz okay. Wie läuft die Arbeit? Es ist ziemlich stressig im Moment. Wir haben eine Menge Projekte und Deadlines, die eingehalten werden müssen. Oh, das klingt anstrengend. Brauchst du Hilfe bei irgendetwas? Danke, das ist nett von dir. Ich könnte tatsächlich ein bisschen Unterstützung gebrauchen bei dem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Würdest du mir helfen? Klar, ich helfe gerne. Was muss ich tun? Ich brauche Unterstützung bei der Dateneingabe und Analyse. Du hast doch Erfahrung mit Excel, oder? Ja, das stimmt. Ich arbeite viel mit Excel und kann dir sicherlich helfen. Das wäre super. Wir könnten uns morgen Nachmittag zusammensetzen und ich zeige dir, was ich brauche. Okay, das klingt gut. Lass uns sagen um 14 Uhr in meinem Büro. Perfekt, ich werde da sein. Danke, dass du mir hilfst. Kein Problem. Wir sollten uns aber auch mal Zeit nehmen für eine Pause. Wie wäre es mit einem Kaffee? Das klingt gut. Ich bin bereit für eine Pause. Okay, lass uns zum Kaffee um die Ecke gehen. Die haben wirklich guten Kaffee. Ja, das klingt super. Lass uns gehen. Hey, wie geht's? Hallo, gut und bei dir? Auch gut. Was hast du in den letzten Wochen gemacht? Ich war im Urlaub in Spanien. Es war wirklich toll. Oh, das klingt gut. Wo genau warst du? Ich war in Barcelona und Valencia. Beides sehr schöne Städte mit viel zu sehen und zu tun. Ich war in Spanien. Ich war noch nie in Spanien, aber ich habe gehört, dass das Essen großartig sein soll. Ja, das stimmt definitiv. Ich habe so viele leckere Tapas und Paella gegessen. Einfach fantastisch. Ich muss unbedingt auch mal dorthin gehen. Was sind denn deine Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ich denke, ich werde nächstes Jahr nach Japan gehen. Ich habe schon so viel darüber gehört und es sieht wirklich faszinierend aus. Das klingt spannend. Was möchtest du denn dort machen? Ich möchte auf jeden Fall Tokio besuchen und ein bisschen in der Stadt herumlaufen. Ich würde auch gerne ein paar Tempel besichtigen und das japanische Essen probieren. Das klingt wirklich cool. Ich denke, ich möchte nächstes Jahr nach Südamerika reisen. Ich habe gehört, dass Peru und Ecuador fantastisch sein sollen. Das hört sich auch toll an. Ich war ja vor kurzem in Peru und kann es wirklich empfehlen. Machst du eine geführte Tour oder planst du selbst? Ich denke, ich werde eine geführte Tour machen, um sicherzustellen, dass ich nichts verpasse und um ein wenig mehr über die Kultur zu erfahren. Das ist eine gute Idee. Wenn du Fragen hast oder Tipps brauchst, lass es mich wissen. Ich helfe gerne. Danke, das ist nett von dir. Wir sollten auf jeden Fall auch mal zusammenreisen. Ja, das wäre super. Lass uns das planen. Hey, wie geht's? Hi, ganz gut. Und bei dir? Auch ganz okay. Was sind deine beruflichen Ziele für die nächsten Jahre? Meine langfristigen Ziele sind es, in eine Führungsposition aufzusteigen und ein Team zu leiten. Aber ich denke, ich muss zuerst mehr Erfahrung sammeln und meine Fähigkeiten verbessern. Das klingt nach einem klugen Plan. Wie planst du, diese Ziele zu erreichen? Ich denke, ich werde an Weiterbildungen und Kursen teilnehmen, um meine Fähigkeiten in den Bereichen Führung und Management zu verbessern. Und ich möchte auch an verschiedenen Projekten arbeiten, um mehr Erfahrung zu sammeln. Das klingt gut. Ich denke, meine Ziele sind ähnlich. Ich möchte auch in eine Führungsposition aufsteigen, aber ich denke, ich muss zuerst meine Fähigkeiten in der Projektplanung und Umsetzung verbessern. Das ist eine gute Idee. Ich denke, es ist wichtig, sich auf bestimmte Fähigkeiten zu konzentrieren, um seine Ziele zu erreichen. Ja, das denke ich auch. Hast du Tipps, wie ich meine Fähigkeiten verbessern kann? Ich denke, es ist wichtig, an verschiedenen Projekten zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln. Außerdem könntest du auch an Weiterbildungen und Kursen teilnehmen, um deine Kenntnisse zu erweitern. Das klingt gut. Hast du schon an Weiterbildungen teilgenommen? Kannst du mir etwas empfehlen? Person B. Ja, ich habe kürzlich an einem Führungskurs teilgenommen, der wirklich gut war. Es hat mir geholfen, meine Fähigkeiten in der Mitarbeiterführung zu verbessern. Person A. Das klingt interessant. Kannst du mir den Namen des Kurses geben? Person B. Ja, es war der Leadership Development Programm von XYZ. Ich kann es wirklich empfehlen. Danke, ich werde mich darüber informieren. Es war gut, darüber zu sprechen. Wir sollten uns regelmäßig über unsere beruflichen Ziele austauschen und uns gegenseitig unterstützen. Person B. Ja, das denke ich auch. Lass uns das tun. Sei Teil dieses Teams, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. ABC Deutschland sagt Danke. Danke.